hey yo leute charlie am start mit neuen infos für euch wir starten einen video contest auf voltarion dazu wollte ich alle meine abonnenten und auch andere youtuber aufrufen ihr habt alle die möglichkeit hier mitzumachen wir verlosen für den ersten platz 50 euro paysafe card der zweite platz bekommt 2000 coins auf voltarion gut geschrieben und der dritte platz 1000 coins was braucht ihr für dieses video was haben wir für anforderungen erzähle ich euch jetzt das video sollte ein pvp video oder ein pvm video sein mindestens eine minute 30 lang legen wert auf edit und inhalt dazu solltet ihr irgendwie level 35 oder höher sein damit auch dieses video event ernst genommen wird ansonsten dass es ganz unseren voraussetzungen entspricht ganz einfach ihr macht euer video euer mixtape euer pvp video euer farm video whatever ladet es auf eurem kanal hoch wichtig dabei guckt wegen den urheberrechten gemma packt euch sonst ein bisschen ab kennt ihr alle wahrscheinlich mittlerweile gibt mir dann per youtube nachricht einfach einen link mit dem betrefft video event padron nord cash und ich wir werden uns dann alle eure eingesendeten videos anschauen und nach einem punkteschema bewerten wir bewerten nach inhalt edit kreativität und extra punkte jeweils 10 weitere infos findet ihr auf www.port.voltarion.net achja und ganz vergessen noch zur info für euch die ersten drei gewinner videos werden natürlich auf meinem kanal veröffentlicht mit eurem link zu eurem youtube kanal in dem ihr euch selber dann vorstellen könnt alles klar an der stelle haut rein auf www.portarion.net